Was kann ich für dich tun? Ich würde sagen, machen wir mal Duo Showdown und spielen wir einfach mal eine Runde in. Das ist die geilste Zeit von meinen neuen Skills Senpai. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich das Erste, was ich jetzt erst mal testen werde, wenn ich hier zufrieden bin mit den Skills. Der Boxer hat nämlich vier... vorne und auf dem Rücken. Guck mal! Der hat den Brust in die Klaube. Dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!